Beste und geilste Logik Tja Toll, da bin ich total verarscht Keine Chance Ja vorhin, ich bin das Erste Und krieg so noch geile Sachen, versteht sich Nein, Mehdi, bitte nicht Toll, wegen dir hab ich kein Item gezogen Jetzt kann ich kein Duschen, das geht ja gar nicht Aha Hätte ich bei denen aber auch nicht erwartet So schwul Du machst keinen Spaß, das Rücken zu sein Den Letzten klappt es immer Also generast Hey Wer hat gesagt, ich bin Okay, was weiß ich Egal Ja, warte, wir werden gleich noch eine Schikane spielen Dann kommt direkt die Lacht Ja Oder Pilzen Ja, geht auch Kannst du meinetwegen machen Dann bin ich mit Pilzschlucht Ja Aber ich bin eine Röststrecke statt Pilzschlucht Von daher Ja 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 Alter, wie viel wie die Rundenzeit bei mir ist ey, das ist overpowered, weißt du Ey, Lucky, du nervt zwischendurch an einer Stille Jo, Klaus, das freut mich jetzt Ich schnipp dich Dich kriegst dritten Blutscher Gut gemacht, Meddi Klaus hat Pilzpack, FTV Ey, ich hab schon halbe Runde Vorsprung Scheiße Scheiße, nein Ein Scheißbullet Ein Scheißbullet Ein Scheißbullet hat mir den ersten Platz versaut Nein Oh Nein Scheißbullet hat Toll, jetzt bin ich erste mit verdammten Spaß Ja, dankeschön Ich hab noch weniger als du Das hast du richtig gesehen Obwohl ich erster wurde Der Blätterwald, wie gesagt Der Blätterwald Das ist voll geil, weil Nicht jeder sucht den Blätter lang Tja Wie geht das an uns im Sterben? Wirklich Was? Oh, komm Oh je Nein Backwards Ich weiß Ich zieh nur was So Ich hol euch noch ein Auf zu lügen Das tut dir nicht gut Ich weiß Lügen haben kurze Beine Und lange Nase Ich weiß Ja, lange Nase Lange Nase kann ich dir Wirklich zustimmen Aber kurze Beine Wie groß bist du? 1,85 Okay, kurze Beine Wieso? Weil ich 1,90 bin Oh, Bob Ey, ich kann den Banane schneiden Diese komische Daisy Da vorne Ah, nicht Baby Daisy Meint ich Scheiß Backspammer Steht zu Diensten Egal Ich hab jetzt Total SC zugelegt Hier liegt Eine scheiß Banane Und ich konnte Nicht drankommen Was Scheiße Kann ich denn sagen Ich hab auch Viertel Schuhe Die siebe Kommen Danke Danke Alter, die ist extra Bogen rückwärts geflogen Oh Style Yo Ja, danke Bogen rückwärts geflogen Kunkurs Nein Bogen rückwärts geflogen Bogen rückwärts geflogen Bogen rückwärts geflogen Auf der Position Du gar nicht Wenn auf der Position Dann sag ich nur eins Gute Nacht Nein Alter, wie manche in meine Sachen reinfliegen Nein Also ich kann die Strecke flöhnen von daher Was? Okay Ich mach schon So Eins hab ich zum Beispiel Scheiße, fang sich jetzt aus Ja Fick die Oh, schade Scheiße Fernseher, Mann Nein Ich muss stehen Mal kurz So schnell kann man Abbauen Häh? Wie hat mich das Kacken zerwischt? Alter, ich hab drückend so was zu laut Es war noch eine Kacken getroffen worden Eppig Eppig Scheiße Banane, ey Banane, Hammer Ey, komm schon Kann irgendjemand mal Tobi Einheit gewähren?